Wunderschönen guten Tag! Schmutzki hier! An einem mittelmäßigen Tag. Ich bin heute voll mittelmäßig drauf. Heute ist alles irgendwie so mittelmäßig. Aber hey, vielleicht muss das so sein manchmal. Mittelmäßige Typen spielen mittelmäßige Songs. Der nächste Formel der Song heißt Mittelmäßigkeit. Willkommen zurück, willkommen daheim. Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit. Wir waren nie weg, wir haben nur geträumt. Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit. Wir haben wirklich gedacht, man, jetzt sind die am Start. Eine mega geile Band mit einem Plattenvertrag. Die Song ist mega fresh und die Gruppe sowieso. Kein Wunder, denn wir laufen ja die ganze Zeit im Radio. Ja, unterschätzt haben wir eine Kleinigkeit. Unser leichter Hack und mittelmäßig sein. Unser Problem gestaltet sich so. Wir sind nicht richtig schlecht und wir sind nicht richtig gut. Und nicht so richtig schlecht und nicht so richtig gut. Willkommen zurück, willkommen daheim. Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit. Wir waren nie weg, wir haben nur geträumt. Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit. Und jetzt habt ihr gedacht, man, wir sind doch am Arsch. Mit ne geile Band ohne Plattenvertrag. Talente, also Medium, die Gruppe sowieso. Kein Wunder, keine Sausch mit dir aufs Netz und Fall im Radio. Doch unterschätzt haben wir eine Kleinigkeit. Wir sind ziemlich brillant und mittelmäßig sein. Unser Erfolgsmodell gestaltet sich so. Wir sind nicht richtig schlecht und wir sind nicht richtig gut. Wir sind nicht richtig gut und nicht so richtig gut. Willkommen zurück, willkommen daheim. Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit. Wir waren nie weg, wir haben nur geträumt. Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit. Willkommen zurück, willkommen daheim. Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit. Wir waren nie weg, wir haben nur geträumt. Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit. Komm zurück in den mittelnetten Sky Komm zurück Komm zurück Komm zurück Willkommen zurück in der Mittelmäßigkeit Dankeschön! War mittelmäßig, würde ich sagen. Oder? Aber gut, hey. Mittelmäßig ist auch manchmal gut.